So, das ist jetzt schon der zweite Take des Videos, des Unboxings, da gerade eben meine Mutter reingekommen ist. Und fange ich einfach nochmal von vorne an. Ich habe ein Paket bekommen von Markus, das ist der Rated Tauli, der supportet deutsche Underground Rapper und schaut doch mal auf seinem Kanal vorbei. Ist echt ein cooler Typ und danke dir nochmal Tauli oder Markus. Und da müsste jetzt eine DVD drin sein, wie gesagt, jetzt ist er schon offen. Ich habe das vorhin schon auch gemacht. Okay. Ja, das ist alles. Hier ist einmal dieser Film, Final Call. Ist sicher gut, werde ich mir auch anschauen. Und dann hier noch ganz viel Papier. Ah ja, cool. Danke Tauli für leeres Papier. Oder, ah, da kommt noch was. Das ist nicht der Brief. Ha, sehr lustig. Das auch nicht. Ich bin fies, hm? Ja, du bist sehr fies. Schau mal in die Hülle. Aha. Okay. Gucken wir in die Hülle, da ist anscheinend auch noch was drin. Ah. Ich bin hier, der Brief. Okay. Verarscht. Ist das letzte Blatt. Nach dann eben nicht. So ein ganz lustiger hier. Ja, also das ist jetzt hier praktisch Müll. Das auch. Ah, hier. Also, ich lese das erstmal hier so durch. Ja, ich mache gerade ein Unboxing. Und deine Schrift kann ich einigermaßen lesen. Ja, ja, ich habe dich auch lebt. Also, hier der Brief. Noch mit einem schönen Autogramm unten dran. Boah, jetzt nicht vorlesen ist nicht so wichtig. Ist nur sinnloses Zeug. Danke dir, Tauli. Schau mal auf seinem Kanal vorbei. Und abonniert den. Das wird es für die gewesen sein. Von diesem Unboxing. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.